Du möchtest deine eigenen Spiele programmieren, aber hast doch keinen Plan, wo du anfangen sollst? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids erwecken den Hacker in dir. Eins können wir dir garantieren, mit uns ist das Spaß vorprogrammiert. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deinen Support. Abonnier uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zum Labyrinth in Scratch. Ein Labyrinthspiel in Scratch zu programmieren ist eigentlich total einfach. Wenn du vorher noch Hilfe beim Download von Scratch benötigst oder erst einmal auf der Suche nach einer kleinen Einführung in das Programm bist, ist das aber auch überhaupt kein Problem. Unten haben wir die passenden Videos verlinkt, um dir weiterzuhelfen. Wenn du direkt mitprogrammieren möchtest, schau doch mal bei unserem passenden Blogartikel vorbei. Hier findest du alle Dateien, die du für dieses Projekt benötigst, und eine zusätzliche Anleitung. Den zugehörigen Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Okay, dann lass uns direkt loslegen. In diesem Spiel wollen wir den kleinen Roboter in einer bestimmten Zeit durch dieses Labyrinth zum Ziel steuern. Dabei müssen wir aber aufpassen, nicht den Flugsaurier zu berühren, der hier immer hin und her fliegen wird. Sonst verlieren wir nämlich ein Leben und müssen wieder von vorne anfangen. Außer den beiden Figuren habe ich hier schon mal zwei weitere Level hochgeladen. Wenn du später mehr Level haben möchtest, schreib's einfach unten in die Kommentare. So, jetzt aber mal von Anfang an. Das Spiel soll starten, wenn die grüne Flagge angeklickt wird. Und zwar immer von hier unten. Wir brauchen also G zu XY. Wenn du deine Figur vorher schon an die richtige Stelle gesetzt hast, stehen hier automatisch die richtigen Koordinaten. Also X21 und Y-141. Gut, jetzt brauchen wir Wiederhole fortlaufend. Diesen Block nimmt man immer, damit die Befehle, die wir hier jetzt definieren wollen, das gesamte Spiel überausgeführt werden. Und nicht nur in dem einen Moment, wenn die grüne Flagge angeklickt wird. Wir wollen die Bewegung über die vier Falltasten steuern. Wir brauchen also zunächst einmal vier Fallstun-Blöcke. Und jetzt Taste gedrückt-Blöcke. Hier suchen wir die jeweiligen Falltasten aus. Fall nach oben. Fall nach unten. Fall nach rechts. Und Fall nach links. Sehr gut. Okay, jetzt muss nur noch die eigentliche Bewegung passieren. Für die Bewegung nach oben und unten, also entlang der Y-Achse, ändere Y um. Ich gebe mal 5 ein. Und wenn du das hier anklickst und auf deiner Tastatur Kopieren und Einfügen drückst, kannst du den gleichen Block hier einfach direkt nochmal verbauen. Für die Bewegung nach unten müssen wir jetzt nur genau das Gegenteil eingeben, nämlich Minus 5. Für die Bewegung nach links und rechts bewegt sich die Figur entlang der X-Achse. Wir brauchen also Ändere X um. Für rechts trage ich wieder 5 ein, Kopieren und Einfügen. Und für links wieder das Gegenteil. Also Minus 5. Mal ausprobieren. Super! Die Figur lässt sich mit den Falltasten steuern. Natürlich soll sie hier nicht durch die Wände laufen können. Jedes Mal, wenn wir gegen die Wand laufen, also falls wird Farbe der Wand berührt, müssen Y oder X um das Gegenteil geändert werden. Dann ist die Bewegung nämlich einfach wieder 0. Und die Figur bleibt stehen. Wir bauen hier also jeweils, falls wird Farbe berührt ein, und ändern die jeweilige Bewegung um das Gegenteil. Also hier Y um Minus 5, hier Y um 5, hier Y um 5, hier X um Minus 5, und hier X um 5. Mal schauen, ob das klappt. Ja, perfekt. Ich komme hier nicht mehr durch die Wände. Okay, dann kümmern wir uns als nächstes doch mal um unseren kleinen Saurier hier. Der soll zu Beginn hier von der Seite ins Bild kommen und dann immer hin und her fliegen. Wenn du in den anderen Leveln andere Dinosaurier einbauen möchtest, kannst du dieses Skript hiermit, wenn das Bühnenbild zu Level 1 wechselt und Zeige dich starten. Gut, dann brauchen wir wieder Gehe zu XY mit den Startkoordinaten, also hier Minus 236 und 27. Außerdem setzen wir die Richtung auf 90 Grad, damit er auch in die richtige Richtung schaut. Und jetzt kommt wieder eine Schleife. Wiederhole fortlaufend. Und dann gleite in Sekunden zu XY. Je nachdem, wie schnell sich dein Saurier bewegen soll, kannst du hier mehr oder weniger Sekunden eintragen. Und innerhalb dieser Zeitspanne soll er hier rüberfliegen. Die Position wird hier eingetragen. X 169 und Y 29. So, als nächstes muss er sich umdrehen. Also setze Richtung auf Minus 90 und. Damit er nicht plötzlich auf dem Kopf steht, setze Drehtyp auf rechts links. Jetzt noch die Bewegung zurück. Gleite in 5 Sekunden zu XY. Hier ist X minus 164 und Y 25. Und nun nur noch die Richtung wieder auf 90 Grad setzen. Perfekt. Okay, damit der Wechsel zu Level 1 auch erkannt wird, muss das hier bei den Bühnenbildern noch eingebaut werden. Wenn grüne Flagge angeklickt wird, wechsle zu Bühnenbild 1. Und schon kann's losgehen. Super! Gut. Als nächstes soll sich die Bewegung mit dem Saurier natürlich auch auf unsere Leben auswirken. Dazu gibt's ein neues Skript. Wenn grüne Flagge angeklickt wird, wiederhole fortlaufend. Falls, wird Flugsaurier berührt? Und jetzt brauchen wir eine neue Variable für die Leben. Wenn also der Saurier berührt wird, ändere Leben um Minus 1. Und außerdem fangen wir dann wieder beim Start an. Also gehe zu X 21 und Y minus 141. Okay, jetzt lass uns nochmal über unsere Variable nachdenken. Wenn das Spiel startet, also die grüne Flagge angeklickt wird, sollen die Leben natürlich wieder aufgefüllt werden. Ich setze sie auf 5. Das klappt schon mal. Außerdem sollen hier neben den Leben die Level angezeigt werden. Dafür erstellen wir eine neue Variable, Level. Zu Beginn des Spiels werden Level natürlich auf 1 gesetzt. Und um das Ganze noch etwas spannender zu machen, gibt es noch eine Variable für die Zeit, die für jedes Level heruntergezählt wird. Ich setze sie für Level 1 auf 30. So, jetzt muss die Zeit noch runterzählen. Also wiederhole fortlaufend. Warte eine Sekunde. Ändere Zeit um Minus 1. Gut, wenn alle Leben verbraucht sind oder die Zeit abgelaufen ist, bevor wir das Ziel erreichen, ist das Spiel vorbei. Das können wir so programmieren. Falls dann oder und zwei Operatoren mit ist gleich. Leben ist gleich 0 oder Zeit ist gleich 0. Sende Nachricht an alle und warte. Mit der Nachricht Game Over. Falls also unsere Leben aufgebraucht, also 0 sind oder die Zeit abgelaufen, also 0 ist, ist das das Zeichen für Game Over. Natürlich brauchen wir jetzt noch ein Skript für den Levelwechsel. Das starten wir wieder mit, wenn grüne Flagge angeklickt wird und wiederhole fortlaufend. Das Level, also das Bühnenbild, soll immer wechseln, wenn wir das Ziel erreichen. Darum hat das Ziel hier eine andere Farbe als der Start. Falls also die Farbe vom Ziel berührt wird, wechselt das Bühnenbild zum nächsten Level. Aber nur, wenn wir nicht schon im letzten Level sind. Wir brauchen also, falls dann, sonst. Solange das Level noch kleiner als 3 ist, falls Level kleiner 3, wird das Bühnenbild gewechselt. Sende Nachricht nächstes Level. Und ändere Level um 1. Und die Figur wird wieder zurückgesetzt. Also gehe zurück zu XY. Und sonst? Haben wir gewonnen. Wir können also eine neue Nachricht senden. Gewonnen. Diesen Wechsel der Level müssen wir hier noch mit dem Bühnenbild verknüpfen. Wenn ich nächstes Level empfange, wechsle zum nächsten Bühnenbild. Zum Schluss habe ich hier noch zwei Anzeigen für Gewonnen und Verloren. Sie sollen sich beide verstecken, wenn die grüne Flagge angeklickt wird und zeigen, wenn sie entweder die Nachricht Game Over oder Gewonnen empfangen. Und das war's schon. Super gemacht! Welche Dinosaurier hast du für die weiteren Level ausgesucht? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Schreib auch super gern, wenn du etwas noch nicht ganz verstanden hast oder weitere Fragen und Anmerkungen hast. Wenn du Lust hast, live dabei zu sein, wenn wir gemeinsam mit anderen Squatch-begeisterten Kids super spannende Spiele, Quizshows, Geschichten und vieles mehr programmieren, dann schau doch mal in unseren Online-Squatch-Workshops vorbei. Die aktuellen Termine und Projekte findest du immer auf unserer Homepage unter www.sivakids.de slash aktuelle minus Termine. Mega, oder? Programmieren lernen kann so einfach sein. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib's uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Hacker-Community. Klicke jetzt auf Abonnieren für noch mehr coole Programmiervideos. Und jetzt noch der wichtigste Kurzbefehl. Liken und die Glocke aktivieren. Wenn du dich für weitere coole Programmiervideos interessierst, schau mal hier. Over and out! Bis zum nächsten Mal.